Ein altes Krankenhaus samt riesiger Kirche überraschte uns mit seiner enormen Größe in maroder Schönheit. Ohne jegliche Informationen zur Historie oder den Gründen der Schließung machten wir uns auf Erkundungstour. Grüße, ja wie ihr es vielleicht schon erkennen könnt, gucken wir uns jetzt gleich eine riesige alte Klinik an und auf den ersten Blick architektonisch schon mal von außen mega interessant. Mal gucken, ob es im Inneren genauso geil aussieht. Was war das für ein Krankenhaus? Eine sehr gute Frage. Normales oder irgendwas Spezielles? Allgemeines Krankenhauses glaube ich, oder? Also das ist doch was, was mit Geburt, siehst du da, ist ein Baby im Bauch. Mal hier, im Wasser gucken wir uns mal. Weitste? Ja. Wir wollen die Hände zum Weg bekommen. Ja. Geil. Achtung, guck mal. Achtung, guck mal. Ein Stück Greißsaal, oder? Ja, ein Greißsaal mit G... mit Lampen? Normaler OP, aber... richtig schön. Hier sind die ganzen Luftdruckanschlüsse. Ich kann das jetzt nicht übersetzen. Das sind irgendwelche Luftdruckschläuche eingeschlossen, die der Wert der OP gebraucht hast. Aber warum sind das vier und worin unterscheidet sich das? Proto-Decido-Ria-Compressor? Was ist das denn? Wo? Da? Hm. Aber krass, dass hier noch nichts zerstört ist, ne? Nicht mal irgendwie Graffiti an der Wand, bei uns wäre das alles schon völlig zerkloppt. Zerkloppt, beschmiert, hieß nicht mal irgendwas mit einem Enning. Ja. Beschmiert, nix. Die Wände sind sauber. Ja, das ist sicherlich... Sicher sind die hier gerade mehr durchgeputzt. Es ist auf jeden Fall noch steril. Ja. Schwester Vivi, desinfizieren und die OP kann beginnen. Jawoll. Ich werde jetzt operieren. Auf jeden Fall rätseln wir, ob das ein regulärer OP war oder speziell für Geburt. Weil hier sieht alles nach Geburtstation und Kinderstation aus. Allein hier drüben muss, wenn wir mal gucken. Hier sind, glaube ich, so Kindermotive. So, guck mal, hier sind sogar Dien. Das ist ja eine Kinderstation, also eine Station für Geburten. Und hier konnte man bestimmt als frischgebackener Papi oder Mami sein Neugeboden das zum ersten Mal in Augenschein nehmen. Das sieht aus wie ein Ofen. Oder ist das? Ne, das ist ein Sterilisator. Guck mal, hier könnte man so Skalpelle und sowas sauber machen. Und hier vielleicht irgendwelche Behältnisse oder sowas. Boah, krass. Ist hier noch eine. Crazy. Ja, also das sieht hier echt noch richtig gut aus. Aber es sind ein paar Sachen, die fehlen schon. Also hier hat wahrscheinlich jemand wieder mal Kabel gestohlen. Das ist natürlich immer wieder die gleiche unschöne Situation. Aber der Ort ist bislang von solchen Leuten echt verschont geblieben. Gott sei Dank. Das ist so mega. Geht total einfach. Achso, du musst hier vorne, kannst du die Reihe oder? Ja, du kannst die so bewegen, wie du willst. Nimm das mal vorne in die Hand. Einfach an dem Stiel. Und dann kannst du die so drehen und wenden und ziehen und schieben. Oder so. Ja, so fein optimiert, ja. So, es stellt sich immer noch die Frage, ist es ein allgemeines Rhythmus gewesen oder eine reine Geburtenklinik? Aber von der Größe her würden wir schätzen, dass hier so ziemlich alles integriert war. Tiere schlagen. Hier haben wir die Old Lifters. Schreck. Da liegt was Totes. Boah, man kriegt da mal Schreck. Ich bin von einer anderen Sache. Hier ist die Pediatrie im ersten Stock. Und irgendwie eine Neuro-Psychiatrie. Ich finde das Bild sicher. Also quasi, achso, du meinst das hier. Lachen. Lachen und weinen. Das ist ein bisschen doof, man könnte ja jemisch kennen. Hm? Sagt mir gar nichts. Guck dir mal bitte rüber, was da drin ist. Ich sehe es nicht. Ich werde erst beim Schnitt erfahren, was da unten war. Ich denke mal gar nichts. Schöner, alter Fahrstuhl. Der ist schön. Da unten hängt er am Keller. Richtig geil. Ich kann es immer nur wiederholen, ich stehe auf einer Fahrstuhl. Das ist doch ein bisschen Schmuckstück. Muss ich mir nachher noch mal den Keller angucken. Was ist denn dahinter? Oh, alter. Mike, kommst du mal bitte? Wir haben uns doch kraterisch einen über diese OP-Lampen abgefreut. Das hat dann aber noch mehr Charme, ja. Die Lampe hat noch mal so richtig Charme. Da schlicht das Herzchen wieder auf. Wir haben uns nicht gleich wieder in Richtung zu öffnen. Wahrscheinlich sind die Lampen noch richtig heiß. Da war noch nichts mit LED-Technik und so. LED-Halogen. Wir haben hier so richtig schöne alte Glühlampen. Oh, das ist fähig. Hier hat sich der Patient nackend gemacht. Um vom Anästhesist betäubt und danach vom Chefarzt hier operiert zu werden. Lass uns mal in den nächsten Gängen und so rein. Jetzt bleibt die unten wie in einer Psychobude. Voll verzweigt. Die ganzen Gänge und so. Rechnlich creepy. Wow! Ist das creepy. Das sind auf jeden Fall diese Rolltragen für die OP-Seele. Hier lag der betäubte Patientin drauf und dann konnte man den OP-Seele 1, 2 oder 3 rollen, um dann den Ruf zu schwindeln. Auf jeden Fall steht das von Leica dran, dann muss es ja irgendwas mit Optik, Fotokopie, Druck zu tun haben. Ist das ein Plotter? Sieht was so aus. Und das ist was undefinierbares. Also wir rätseln jetzt gerade total unwissend rum, was das gewesen ist. Dialyse ist es glaube ich nicht. Es steht dran, Gastro Pleuricotorazico. Also ich vermute, dass das irgendwas mit Herz-OPs zu tun hatte. Wenn jetzt ein Bypass gelegt wurde und irgendeine Hauptschlagader direkt mit Blut versorgt werden musste, hat man vielleicht dieses Pumpsystem dazu benutzt. So und der riesige Kasten ist vielleicht benutzt worden, um Blutproben oder sowas zu untersuchen. Ihr seht ja, dass er irgendwie für derartiges gebaut worden ist. Kannst du auch UV-Licht anmachen. Kannst du wahrscheinlich was sterilisieren, wenn was schief läuft. Das ist total interessant. Aber wir sind völlig planlos. Das ist eine Glocke, in die man wahrscheinlich so reingreifen konnte. Hier hinten steht irgend so ein Ding. Keine Ahnung, mit irgendeinem Pumpensystem oder sowas. Kein Plan, was das ist. Das ist ja generell so ein Rack, was die im OP hatten dann wahrscheinlich. Was man so rangerollt hat und dann hat sich der Chirurg bedient mit dem, was er so brauchte. Was ist das denn bitte? Guckt euch das an. Entrapiert oder echt? Ich meine, wer arbeitet bitte im Keller an so einem trostlosen Schreibtisch? Sehr, sehr strange. Was haben wir hier wieder? Ja. Akten. 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 Okay, sowas werden wir natürlich jetzt nicht lesen. Scheiße. Wir haben auch gerade gehört, wie ein Auto angefahren kam. Und über uns waren jetzt Schritte. Es ist jemand im Gebäude. Wir bleiben jetzt erstmal hier im Keller. Scheiße. Seit ich mal noch mal gelassen. Mit der in der Seite habe ich doch nichts passiert. Oh, warum ob es das noch nicht passiert ist? Wenn der da stehen bleibt, er fielen kann ich nicht. Ich weiß nicht. Das war ja auch genau so. Ich weiß nicht. Das war ja ich kein gut. Lass daубchen rum. Der Truck ist aufgrund seiner Dunkelheit schon etwas gruseliger. Hier saßen die Schwestern drin. Hier ist eine Bombe eingeschlagen. Auf jeden Fall sind wir hier in der Kardiologie. Im Keller hatten wir entsprechende Geräte dazu gefunden. Scheinbar haben wir gerade mal ein Drittel von der ganzen Sache gesehen. Das scheint eine Klinik mit einer Kirche zu sein. Das habe ich so ordentlich gesehen. Der Wahnsinn, Leute! Die Kuppel! Wann sieht sie von hier aus? Wir sind da runter. Leute, wir haben wieder mal das Glück, auf dem Blast Place eine Kirche gefunden zu haben. Diesmal nicht in einem Internat, sondern diesmal in einem Krankenhaus. Ich meine, diese Kirche ist größer als so manch andere reguläre Kirche irgendwo. Zieht euch das einfach rein? Was ist das? Alter! What the heck? Das klingt nichts mehr. Du musst da unten mit den Füßen die Blasebalken bedienen. Achso, sonst hast du keine Power. Du musst erst unten Luft frei geben für die Pfeifen. Das ist stehen noch zwei Pfeifen. Ich glaube, das ist eine Netzpfeife. Oder weiß ich nicht, ob die auch dazu gehört. Also viel wird da nicht mehr rauskommen. Leute, gebt euch einfach nochmal diese brachiale View. Guten Tag. Ist das nicht der Hammer? Auf jeden Fall. Ist das nicht der Hammer? Das ist der Hammer. Voll schön, oder? Schlimm, dass hier schon wieder irgendwelche Idioten was kaputt machen. Ich gehe in eine Kirche und verbrenne eine Bank. Ich gehe in eine Kirche und verbrenne eine Bank. Ich gehe in eine Kirche. Spätestens jetzt, nach dem Betreten der Kirche, begriffen wir die enorme Größe des gesamten Objektes. Dieses Krankenhaus bediente einst viele medizinische Fachbereiche, wurde aber aufgrund der maroden Bausubstanz in ein neueres Gebäude verlegt. So, was haben wir denn hier Schönes? Divisione Chirurga Vaskulare. Aber bei der Klinik ist es halt so traurig, dass sowas dann einfach irgendwann vor sich hin gammelt. Es ist halt unglaublich detailliert gemacht, das Ganze. Ja, und wahrscheinlich ist es dann einfach günstiger, eine neue Klinik zu bauen, als hier zu investieren. Ich glaube, hier hat man dann, wenn man operiert wurde, wenn man irgendwas medizinisches, chirurgisches hinter sich hatte, einfach abgechillt, sich erholt, sich auskuriert. Da haben sie bestimmt die Patienten auf diese Terrasse dann geschoben. Das ist ja mal kümmer. Alter, geil. Das bewegt sich. Aber übe jetzt noch. Das sind diese Heilkabinen von Star Trek. Ja, vom Elysium. Ja, stimmt. Da wurde noch ein berühmter Geheilkabin. Genau, oder Leukämie kannst du heilen. Ich mag mich da nicht mit meinem Handy reinlegen, wenn ich das noch irgendwie sagt, das sind die Magneten, aber alles gelöscht. Ja, aber sind das Kernspintomografen? Ich weiß nicht, was das ist. Sieht irgendwie nicht so aus, muss ich mal sagen. Das ist Magnebstherapie. Ja, Magnebstherapie. Das ist auch immer schlimmer. Richtig, wenn du dein Handy rein, alles gelöscht, aber... Das Wichtigste ist, wenn du ein künstliches Gelenk hast, dann macht das richtig Spaß. Auf jeden Fall. Und Piercings, die nicht aus Chirurgisch aus sind, die fliehen raus. Da reißen die Ohrlebschen ab und die Nasenflügel auf und die Lippe ab und die Lippe durch. Alles kaputt. Was wird denn bei Magnebstherapie gemacht? Das führt zur Muskelentspannung. Die soll die Muskelregion anregen. Ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie Reizstrom, der Effekt, den du hast. Ja, das ist doch immer was Neues. Auch bei der Lippe, das ist so. Wie wird es sich nicht hingesetzt? Tatsache, Magnebstherapie. Wie war es? Das ging so. Ich habe jetzt so Kräfte, kann jetzt Metall beeinflussen und so. Magnebstherapie. Okay. Zäune verbiegen. Ja, das war das Übliche. Also hier kann ich mir das Gesunden wirklich gut vorstellen. Ich glaube, hier wurde so ziemlich jeder wieder geheilt. Das Ding hat eine unglaublich positive Energie, Ausstrahlung, Atmosphäre. Leider müssen wir ja nun von hier verschwinden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Ganz wichtig. Drückt auch die Glocke, damit ihr nichts mehr von der Grauzone verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn.